Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Galaxy und neben dem Sony Xperia Z5 Compact wurde auf der IFA 2015 in Berlin auch das Sony Xperia Z5 vorgestellt. Und was das Z5 so drauf hat, schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Beim Xperia Z5 setzt Sony weiterhin auf Evolution statt Revolution. Man kann das Z5 eher als ein geringfügiges Update zum Z3 Plus betrachten. Bis auf das leicht veränderte Design und die verbesserte Kamera ist generell vieles gleich geblieben. So kommt auch das Sony Xperia Z5 mit dem gleichen 5,2 großen Full HD IPS Display und einem Snapdragon 810 mit einer Taktung von 4 mal 2 GHz daher. Auch der Arbeitsspeicher bleibt mit 3 GB ebenso wie der 32 GB interne Speicher gleich. Die Hauptkamera löst nun mit 23 Megapixeln auf und beherrscht die 4K Videoaufnahme. Neu ist ihr Hybrid Autofokus, der eure Bilder blitzschnell fokussieren lassen soll und dies hat auch im ersten Test bereits gut funktioniert. Das Design setzt nun bei der Rückseite auf eine mattere Verglasung, die es den altbekannten Fingerabdrücken definitiv schwerer macht. Der Rahmen ist farblich angepasst und besteht immer noch aus Metall. Er trägt nun einen eingravierten Xperia Schriftzug. Eines der größten Neuerungen ist sicherlich der nun integrierte Fingerabdrucksensor im Powerbutton auf der rechten Seite. Auf der linken Seite jedoch ist unterhalb einer kleinen Kappe wieder der Micro SD Kartenslot und ein SIM Kartenslot versteckt worden. Die Front wird durch eine 5 Megapixel Kamera geschmückt und beherbergt darüber hinaus die Lautsprecher. Beim Akku gab es diesmal leider keine Verbesserungen und somit greift das Xperia Z5 auch diesmal wieder auf eine 2900 mAh starke Batterie zurück. Bei der Software kommt nun Android 5.1 in Kombination mit der hauseigenen Xperia UI zum Einsatz, welche auf meinem Testgerät auch wirklich performant lief. Letztendlich muss man sich als potenzieller Käufer die Frage stellen, ob man bereit ist, für die leichten Verbesserungen tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Den aktuellen Preis habe ich euch deshalb in der Beschreibung verlinkt. Das war es jetzt auch von diesem knackigen Überblick und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben oder schreibt auch gerne eure Meinung zum Gerät unten in die Kommentare. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen diskutieren. Und falls ihr noch Bock auf weitere Videos von mir habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann können wir uns demnächst öfter sehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal.